Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Wir sind im Friseezy Valley Park. Was? Goobies Valley. Friseezy Peak haben wir hinter uns gelassen. Ein für allemal und schon ist die Erde ja heiß, Herr Lustig. Und das zelebrieren wir, indem wir Noten sammeln. Ganz viele, die Hälfte haben wir schon. Die halbe Miete ist eingesackt, allerdings nur, was die Noten angeht. Ansonsten sieht es noch eher ein bisschen mau aus, Puzzleteil-technisch. Wir haben ja auch uns noch ein bisschen in der Oberwelt aufgehalten am letzten Mal und den Rest von Friseezy Peak gemacht. Insofern sind wir noch nicht so weit. Falls ihr also den letzten Part nicht gesehen habt, so viel von Goobies Valley habt ihr noch nicht verpasst. Außer Ruby. Oh, Ruby ist so cool. Wurigit, 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 Wurigit. Bester Charakter. Bester Charakter in ganz Spiel. So, ja, machen wir mal den. Machen wir mal den. Machen wir mal den. Wir müssen ja, glaube ich, noch zu, hier, Terratec Grabster. Zudem wissen wir ja noch. Aber erstmal machen wir das hier. Aha, aha, eine leere Honigwabe. Die gilt es eines Tages zu sammeln. Dafür werden wir noch ein paar Federn brauchen. Wir haben nur 35. Wir haben im Friseezy Park ordentlich Federn gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und guck mal, was uns hier anlächelt. Ein Jinjo. Er ist der dritte. Da liegen auch noch zwei vor uns. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal das hier. Komm, zack. Juhu. Oh my goodness. Was ist denn hier los? Das ist ja verdammt schwer, hier in zehn Sekunden reinzukommen. Ich habe das Gefühl, was hier passiert, was in diesem Video passiert, wird euch schockieren. Gut. Erstmal die Mumie außer Gefecht setzen. Und dann, Leute, ist ein bisschen euer Gedächtnis gefragt. Wir spielen Memory. Yeah. Und wir haben nur 100 Sekunden Zeit. Es ist übrigens immer dieselbe Reihenfolge. Immer. In jedem Spiel. Und wir haben es erst von einem halben Jahr gestreamt. Ausführlich, weil dieses Rätsel mussten wir öfter machen, weil das taucht am Ende eventuell noch mal auf. Und trotzdem habe ich sie doch vergessen. Egal. Macht ja nix. So. Ronig war aber. Vielleicht soll ich aber einfach mal ein bisschen langsamer machen. Wo war deine zweite Kazooie? Kazooie war, glaube ich, genau. Hier. So. Note. Note. Hatten wir schon eine Note? Ich weiß gar nicht. Eine rote Fedder. Ein Ei. Ein Ei. Ein Ei. Ein Ei. Ein Ei hatten wir. Ein Ei hatten wir hier. Genau. Entschuldigt. So. Weiter geht's. Weiter geht's im Text. Banjo. 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 Entschuldigt. Ich wollte das ein bisschen dramatisch machen. So. Aber hier ist Banjo. Ja, wir sind noch gut in der Zeit, würde ich sagen. Aha. Aha. Ein Jinjo. Ein Jinjo. Hm. Ob wir es wirklich rechtzeitig schaffen. Wer weiß, wer weiß. Okay. Ich mach ja schon. Ach ja. Gut, dass ich keine Speedrun-Absichten hab. Ein bisschen überlegen kann man ja bei Memory schon mal. Nicht einfach drauf losstampfen. Und im selben Atemzug direkt wieder vergessen, was man gerade gestampft hat. Aber egal. Es reicht trotzdem, um noch 20 Sekunden über zu haben. Das schwerste Riesel ist es jetzt also in dem Sinne nicht. Später kommt es allerdings eventuell noch mal wieder. Und dann ist es ein bisschen schwieriger. Dann haben wir ein bisschen weniger Zeit. Aber gut. So weit sind wir noch lange nicht. Das ist Zukunftsmusik. Wir machen erstmal andere Dinge. Wo ist denn... Wo sind denn hier eigentlich Turnschuhe? Ich muss es gerade mal überlegen. So. Da unten ist Grabber. Ey, 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 ey. Ey, ey. Hier. Hier. Freundchen. Oh. Oh. Ja. Ähm. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ich glaube... Ja, genau. Hier mussten wir mit den Turnschuhen hochrennen. Das heißt, hier werden dementsprechend auch Turnschuhe sein. Und zwar, wenn ich mich noch recht entsinne. Da oben drauf, oder? Genau. Samt zweier Noten. Wuhu. Jetzt können wir super megamäßig abdüsen. Jaaaa. Und Grabbers Gold schnappen. Oh nein. Seit tausenden Jahren war das in meinem Besitz. Gut gemacht, sterblicher. Und tschüss. Cheerio. Juhu. Damit haben wir fünf Puzzleteile hier drin. Läuft prima, Fox. Das heißt, wir können uns neuen Aufgaben widmen. Aufgaben, die schockierend sind. Aufgaben, in denen die Erde ja heiß ist. Herr Lustig. Oh, wisst ihr was? Wir bedienen das mal am Bienenstock. Händereck von meinem Honig. Oder ihr werdet es bitter bereuen. Ach, wirklich? Werde ich das? Bring it on. Tja. Damit hast du nicht gerechnet. Hahahaha. Entschuldigt. Das war taktlos. Die armen Bienen. Bienen sind nützlich, im Gegensatz zu Wespen. Oh Gott, wie ich Wespen hasse. Hm. Da oben öffnet sich eine Tür. Das sollten wir aber so nicht machen. So viel kann ich verraten. Wir sollten das Ganze auf folgende Art und Weise angehen. Wir lassen uns erstmal kurz nochmal die Zeit rumgehen. Die Zeit haben wir. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und eins. Juhu. Was? Da helfen keine miesen Tricks. Ohne Tugenschufe. Das nix. So. Die Noten sammeln wir uns später. Irgendwie ist das jetzt ein bisschen komisch gelaufen. Hahahaha. Hup. Aber egal. Es hat geklappt. Es ist nicht so wie ich wollte, aber es hat geklappt. So. Hier oben. Genau. Diesen Mumbo-Schädel hier. Diesen netten. Den kannst du hier versauen, wenn du das Wasser zu früh ablässt. Das wollen wir natürlich nix. Wir wollen erst den Mumbo-Schädel. Dann sammeln wir uns das Puzzleteil. Und erst dann lassen wir ganz langsam das Wasser hier rauslaufen. Gut. Den Mumbo-Schädel, das ist der einzige, also laut Aussagen meiner Zuschauer, ich bin mir jetzt selber nicht ganz sicher, der einzige, den du dir versauen kannst, wenn du halt da das Wasser zu früh ablässt. Und deswegen haben wir den jetzt mal zuerst geholt. Hin und wieder bin ich doch mal lernfähig. So. Siebzig. Siebzig Schnoden sind unser. Ja, das passt doch. Damit bin ich doch erstmal zufrieden. Und wir haben etwas Neues. Wir haben ein wenig Wasser hier drin. Und da unten ist ein weiterer Mumbo-Schädel. Und ihr seht, ich muss gleich noch mal auf die Pyramide, weil ich glaube, wir sind ja jetzt an Noten vorbeigerannt. Nicht, dass ich das vergesse. Ihr seht, aber hier unten sind auch noch Noten. Und nicht nur das. But I'm not done yet. Es gibt noch irgendwelche anderen Sachen. Nämlich das hier. Schön, dass ich ihn als Sache bezeichne. Aber so ist das nun mal. Jinjos sind für mich nur Gegenstände. So. Okay. Ähm, ja. So viel wahnsinnige Lachen heute. Gut. Dann würden wir sagen, gehen wir nochmal hier oben auf die Pyramide und gucken nochmal, dass wir da keine Noten vergessen haben. Einmal hier um die Ecke. Da sehe ich nämlich doch zum Beispiel schon eine. Feder sollten wir auch mitnehmen. Da haben wir noch eine Note. Also ihr seht, gut, dass wir ihn nochmal hingeschaut haben. Ein bisschen was musste ich ja auch auslassen. Sonst hätten wir es nicht mehr rechtzeitig da hochgeschafft. Irgendwie war das komisch. Es war komplett falsches Timing und dann kam uns Grundtilder noch dazwischen. Juhu! Aber den Preis für die beste Pyramiden-Kraxelei wird belohnt. Mit dem goldenen Banjo. Juhu! Geronni! Wir haben es geschafft. Gut. Die Erde ist hier ja abgekühlt, Herr Lustig. Machen wir den jetzt. Machen wir den jetzt hier. 80 Noten haben wir. Sagen wir mal. Alter! Du willst noch einen? Du bist ganz schön gefräßig. Ja. Diese Pyramide ist die gefährlichste von allen. Deswegen sollten wir ihr vielleicht zuletzt einen Besuch abstatten. Auf der anderen Seite? Ist das auch ziemlich langweilig, das so zu machen, oder? Ja. Warum nicht die 70 Noten, die wir jetzt gesammelt haben, oder 80? Ich glaube, wir haben 80. Warum sollten wir die nicht einfach mal riskieren? Warum sollten wir nicht einfach mal sagen... So, hier. Oh, zapfties. Ja, so bin ich. Da gehst du rein. Du sagst hier. Pass mal auf. Oh, zapfties. Genau. Das sagt man, wenn man in so einer Pyramide drin ist. Da musst du noch nicht mal zwingend bayerisch für sein. So haben sich, so haben sich die, äh, was soll ich denn machen? Die alten Ägypten haben sich damals so begrüßt. Sie haben hier nicht, guten Tag, oder sowas in der Art, sondern otsapfties. Ja, das haben sie so gesagt. Das, da könnt ihr alle Historiker fragen. Es ist einwandfrei belegt. Ach, ja. In meiner Welt zumindest. Und gibt es, gibt es noch andere Welten als meine Welt? Was, das müssen ja, das müssen ja kranke Welten sein. Das ist ja, Gottes Willen. Das darf man sich nicht ausmalen. Das muss ja richtig krank sein. So, geh mal hier rein, bevor ich mich noch um Kock und Kragen rede. Das ist die Grabstätte des Königs Sandy Buds. Das ist König Sandarschs. Oder ihr werdet euer Königsblaues Wunder erleben. Okay. 83 Noten. König Sandarsch. Du kannst mich mal. Wobei, auf der anderen Seite. Wissen wir, einen sollten wir uns vielleicht. Genau, hier war der Hexenschalter. Das ist etwas, wonach alle Bären streben. Ist das nicht wunderbar? So. Unglaublich. Der dicke Bär hat es geschafft. Naja, eigentlich eher die dürre Vogeldame. Dieser Grabständer. Ist hier irgendwas in der Nähe? Irgendwas Nettes? Zum Beispiel. Der letzte Jinjo? Jinjo! So. Ähm, nein. 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 Emulator. Emulator, lass mich jetzt nicht im Stich. Nein. Nein. Fuck. Das ist nicht wahr. Okay, nach einem kurzen Cut sehen wir uns wieder. Shit. Was ist denn jetzt passiert? Königs Sandarsch. My ass. So. Der Emulator hat sich glücklicherweise nochmal gefangen. Ein Glück. Meine Güter. Meine Güter. So. Sammeln wir das nächste Puzzleteil. Uiuiuiuiuiui. Nummer 8. Nummer 8 ist unser. Ich hab echt... Ich hab jetzt schon... ein bisschen Angst bekommen. Das wär jetzt sicherlich nicht so schön gewesen. Boah. Okay. Weiter geht's. Wir gehen nochmal zurück. Da kenne ich nämlich wirklich gar nichts mehr. Nur für den Fall der Fälle, dass wir hier noch irgendetwas vergessen haben. Aber ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt nicht... Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nur für den Fall der Fälle. Nicht, dass hier noch ein Roten oder sonst was sind. Aber ich... Ich glaube, so fies waren sie gar nicht. Dass auf Wegen, wo du gar nicht hin musst. Dass da auf einmal irgendwie Noten versteckt waren. Ich könnte es aber trotzdem ein bisschen spannend machen, oder? Ich mein... Wenn wir schon mal hier sind. Hm. Wo geht's denn hier nur lang? Okay, das war nicht spannend gemacht. Ich hab nur 17 Sekunden übrig. Wenn wir es nicht schaffen, wird übrigens die Pyramide gesprengt. Oder irgendwie sowas in der Art. Gut, okay. Jetzt muss ich überlegen. Zwei Puzzleteile fehlen noch. Ah, ich weiß sogar welche. Ich weiß welche. Wir haben ja noch gar nicht den namensgebenden... Typi. Kennengelernt. Aber wo fehlen mir denn noch? 13 Noten. Das ist jetzt auch noch so eine Sache, wo ich nicht genau weiß. Und was mir jetzt auch mal so einfällt. Wir haben erst eine Honigwabe. Okay. Da muss ich nochmal gucken. Wir haben ja jetzt also auch nicht ganz in diesem Partner schaffen. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden, wie das heute lief. Also, abgesehen von dem Emulator, der mir beinahe alles zunichte gemacht hätte, lief das doch eigentlich ganz anständig. Ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt mal noch die Honigwabe, die leere. Und dann fliegen wir mal zum Namensgeber. Dieses Levels. Den haben wir noch nicht kennengelernt. Man sollte ja meinen, es wäre dieses Wings. Aber die heißt ja Jinxie. Jinxie hieß sie, glaube ich, oder? Meine ja. War eigentlich da schon drin? Da waren wir schon drin. Ja, ja. Halt. Ja, da sind noch Noten. Dürfen wir nicht vergessen. Aber ich wollte erst was anderes machen. Ich wollte ja erst, ich wollte ja erst, da ist es, da vorne ist es, ähm, natürlich den Dingsie holen. Die leere Honigwabe, mein Gott. Dass einem immer die Wörter fehlen und das als Letzt Player. Uff. Uff. Shit. Ja, alles gut. Das lief so super in diesem Part. Das muss ich jetzt sofort zunichte machen. Anders kann ich mir das auch nicht erklären, was gerade passiert ist. Was in diesem Part passiert ist, werdet ihr nicht glauben. So. Weitere fünf Noten sind auf jeden Fall unser. Aber acht fehlen noch. Acht Stück. Und mit Teppich Express. Werden wir ja hoffentlich wieder heil zurückkommen. Teppich Express. Oh, Teppich Express. Diese Tür ist übrigens auch seltsam, oder? Hm. Was könnte es mit der nur auf sich haben? Werden wir es in diesem Let's Play herausfinden, oder nicht? Das ist eine gute Frage. Hm. Vielleicht. Wenn ich Lust habe. Habe ich Lust? Das hängt von euch ab. Ha 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 ha. Nein. Um Gottes Willen. Ja. Wenn dieser Part 10.000 Likes kriegt, zeige ich euch das Stop and Swap Feature. So. Okay. Meine Güte. Ich finde sowas so arschig. Musste ich mal sagen. Musste ich mal loswerden. Ab und zu muss man... Muss man das mal... Muss man das mal rauslassen. So. Okay. Entweder ich habe Lust drauf und zeige es. Oder ich habe keine Lust drauf und zeige es nicht. Aber die Zuschauer so zu manipulieren in dem Sinne. Ja, jetzt gib mir hier ein Like, damit ich das und das noch zeige. Das finde ich nicht schön. Wollte ich mal loswerden. Wenn dieser Part 1000 Likes bekommt, kommt nachher noch ein Part online. Schrecklich. Gut. Ich wollte ja eigentlich zum Namensgeber, oder? Oder so... Wisst ihr was? Es wäre doch eigentlich cool, wenn ich euch den erst im nächsten Part vorstelle. Jetzt könntet ihr sagen. Ja, der weiß bestimmt nicht, wo er ist. Aber keine Sorge, Leute. Ich weiß, wo er ist. Ausnahmsweise mal. Ja, ich würde mal sagen, genau. Den zeige ich euch einfach mal. Wir haben jetzt knapp 20 Minuten. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir beenden den Part an der Stelle und holen uns im nächsten Part noch zwei Puzzleteile, acht Noten und eine Honigwabe. Wahnsinn. Gobis Valley steht kurz vor dem Abschluss. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.